so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge farming simulator 19 ja wir sind noch hier bei der bg also jetzt wieder bei der bgh und zwar es funktioniert so weit mit dem förderband funktioniert also kann man eigentlich so stehen lassen der nachteil ist wir müssen wirklich erstmal paar ladung dahin fahren weiter sammelt ja nicht ist aber eine coole idee normalerweise gibt es doch vorschieben naja gut die anderen sind auch fleißig an arbeiten ja andere helfer schon fertig und ihr fahr so hin er sammelt ja so weg seht ihr das wenn ich hier stehe das sammelt er das weg vorher nicht sammelt er blüht da geht es nämlich weiter ich wollte ja noch ein bisschen was trotzdem tun ja gut offen das nun jetzt in hänger laden oder wir fahrt das immer so hier hin das ist eigentlich auch okay immer noch der eierkönig zumindest versuche ich wohl haben noch nicht verdient leute ihr seht wir sind gerade mal mit dabei und ich habe nichts durch gekauft also dies war wirklich nicht nichts neues gekauft ist nur alle fleißig am arbeiten und die kohle von der silage bekommen ja auch erst wenn wir mittelacht das ist noch mal kurz aussteigen ich noch mal kurz nein ich wollte aussteigen hier würde einsteigen ja dann läuft das nämlich irgendwie immer flüssiger ja manchmal läuft so manchmal läuft es nicht bevor jetzt müsste es eigentlich laufen oder da immer läuft ja gut ich denke mal wir sollten auch mal abschalten und das erst mal runter zählen lassen und dann weitermachen oder band abstellen lässt sich nicht abstellen überladung abbrechen weil ich was heute ja nicht hin leute abschalten elfer einstellen das ist ein helfer einstellen ich will vielleicht doch nicht so eine gute idee oder ich kann es nicht mal mehr abstellen moment war aufklappen dann müsste es doch eigentlich mal aufhören zu wieso kann ich es nicht mehr abstellen aber abkuppeln abrücken geht auch nicht mehr es läuft zwar wohl nicht so reibungslos wie ich mir das eigentlich dachte irgendwie spinns rum wenn ich da müssen wir die förderparte verkaufen und das noch mal neu probieren weil ich weiß nicht wie man die aufstellt keine ahnung weil ich würde das lieber mit einem hänger machen wir aber gut wir lassen das auch schon mal so laufen hier lieber noch mal vielleicht wenn man den hier wegnehmen oder mal irgendwo den hier vielleicht wegnehmen und fahrer nicht rückwärts weil ich wirklich gut der hat fertig gedüngt das ist gut kann der nämlich schon wieder zurück moment ich muss mal gucken wo ich bin bin ich eigentlich acht haben das schön eigentlich muss stein doch gottchen total verfahren so der ist hier an gras ernten aber leute ich weiß noch nicht wo ich bei frau wo ich jetzt vor sie wohin packe was soll der ist voll auch gottchen stop stop gott wir müssen in dem rein er muss aufhören da muss man der rest nehme ich mir noch sammeln nach nicht aufgepasst doch doll und der rest wird auch selber sammeln aber ich weiß auch nicht warum unser fahrsilo hinpacken das ist ja das problem jetzt da und dann erst mal hier stehen wir könnten zwischen hier unten hinpacken ja ich weiß das andere ist ein anderes let's play aber das wird das eventuell vielleicht auch hier hin bauen wie in den anderen let's play da fahren wir aus der stadt dass wir das hier vielleicht auch hin bauen auch hin bauen weil das große das ist mir zu zu also hier bei der pgh ihr seht ja immer das leer kriegen das wird ewig dauern so eigentlich möchte ich am liebsten mal schlafen um zu sehen ob wir überhaupt kohle machen buch gottchen oh gottchen so moment so jetzt haben wir da oben noch was stehen moment hier sind neue kartons ja so neue euro juhu so hier ist gedüngt ja man weiß aber eigentlich meist und 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 gras zusammen in den silo backen ich glaube nicht nur wie ist es nicht eine ahnung so moment wie weit ist denn der hier aber da eigentlich den anderen schon drauf stöpsel denke schon wenn man den hier da habe ich sonnenblumen drinnen weil wie gesagt kohle machen und wir werden jetzt in der folge mal eine zeit vorstellen um zu sehen ob wir überhaupt was mit der silage und geld verdient haben das was wir jetzt bis jetzt rausgauen haben den lassen wir jetzt noch ein paar sonnenblumen machen ja gut da würde ich sagen wir gehen wir ins menü nein das ist schlecht wenn wir jetzt die zeit vorstellt während der saatzeit vorstellen ist schlecht und hier steht kalt benötigt ich habe kalten aus muss gepflückt werden habe ich auch aus wieso steht das dann da gedüngt ja das habe ich vorhin gedüngt na gut keine ahnung die zeit können wir jetzt nicht vorstellen das kann man nicht weil sonst wächst das wird alles unterschiedlich ja 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 wollte ich jetzt eigentlich auch nicht aufladen weil ich wollte echt mal abwappen weil die wollten was bleiben die da unten immer stehen das ist richtig da ja wollte ich eigentlich auch nicht aufladen war ja ich über mich weiß welche karton hier 100 prozent hat ach doch das steht da doch aha doch das geht dann können wir aufladen gut ist mir die auf gefallen schön machen wir auf hier noch mal deine klappe auf ach das ist mir nie aufgefallen leute nie aufgefallen was 100 prozent sind und nicht auch gut man müsste mal hingucken ja ist schön er hat schon mal jede hundert prozent er hat hier schon mal jeden schon mal nehmen aber die eigentlich tränen nicht so hinstellen und dann sammel war ein guter wäsch beschehen doch ist mir nie aufgefallen leute echt auch gott auch gott ach ich brauche nicht mal springen der läuft von alleine hoch wieso passen nicht alle hier her schon cool steht was nicht für ihr unternehmen schlecht jetzt hat das noch 100 prozent das hat auch 100 prozent immer aber hier so rein und weg geflogen das ist runtergefallen erfreut sich doch der freut sich doch stefan wird doch wird doch ein euro runtergefallen nach ich versuche es ja sorgfältig wie möglich dahin zu stellen warum passen da nicht noch einzeln das war cool das hat gehen 100 prozent noch ich mag den pick up so ein kalis teil und wir stellen uns gleich hier so hin so sammel ist so schön aber erst mal gucken 100 prozent nehmen aber dann müssen wir es halt so stapeln durch und wir haben das finde ich doof dass da nicht noch eine in sind passt so hat auch ja hallo nimmst ja 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 ich brauche ich jetzt hier wird das hier wurde drei leuchten konzentration und ist aber echt doof hätten die das nicht so bauen könnte es da vier hin passt also so vier reihen wäre doch viel cooler gewesen das sieht doof aus wie sieht das doof aus ja fast stückchen rüber noch ja so wird ja anders geht es nicht weil schadet dass das jetzt schöner gefunden wenn das ja so naja gut kann man nicht ändern hat es 100 prozent machte mal zeigte mal an prozent ja ich finde auch spitzen gefühl haben sieht nicht schön aus aber das nicht das ja aber wenn schon gesammelt ja genau da wird man eigentlich doch das vor sie lobe schon mal bauen gut wo der ersten eier wurde gesammelt oder brauchen wir noch nicht drum zu machen wir wollen langsam alles bio eier das andere hätte ich bei mir auch nicht angebaut da stellen wir den hier ab da könnte man eigentlich das fahrsilo mal bauen mit unserem eigentlich fast pleite ja gut genau silo bauen da brauchen wir das auch dahin ja ist ja das hat aber doch ähnlichkeit mit den anderen let's play aber da bin ich ja am bahnhof bin ich ja am bahnhof bin ich ja am bahnhof oder am bahnhof nicht wo warten jetzt unser zu hause da oben da war ich jetzt am bahnhof das verbläht sind weil hier möchte ich es nicht hinbauen hier möchte ich lieber noch ein paar eier form also hühnerform hinbauen ja wir machen es halt wie gedacht es ist tut mir leid es geht noch sparträgen hier war ich ganz ehrlich bauen so nicht kollidiert mit objekten muss ja echt alles abgasen oder was ja der bau muss halt wo ist denn hier die mitte hier ist das andere feld ja so doof ist schon da unten hin bauen wo es nicht so weit weg ist trete ich doch mal bitte bitte das wird das war ja aber doch eigentlich viel fläcke hier haben wir nicht viel doch die vornamen doch viel fläche übrig hier muss hier hinbauen so das eventuell moment fällt doch gar nicht ja von oben nach unten machen das muss hier wir haben geboren hierher oje oje guckt euch die hügellandschaft an auch gottchen drauf kann das nicht mal aufhören zu hörst du jetzt mal auf hallo hallo warum bleibt das nicht das geht gar nicht da müssen wir da aber ich muss aus der mühe raus das ist ja hilfe wo muss jetzt sind gebaut da ich will nicht vor und steig aus das kriegt man nie hin 16.000 nur noch wo wir können ja hier rein fahren das ist okay also reinfahren ist okay aber hier ist guckt euch das an das ist das geht ja auch nicht oder wir fahren um rückwärts rein das geht doch das geht ja ab hier wird auch formen halt rückwärts rein ja wird mühsam aber wir probieren mal aus da wissen wir es wird lustig und mühsam aber warum nicht wir probieren zwei baus das ist ja guckt euch das an guckt euch das an da kann man echt bloß wirklich rückwärts rein formen ja wie gesagt dass ihr von der pga das ist zu heftig das ist um das zu füllen ja da lieber fahre ich doch hier das ist zu eng das ist zu eng nö es geht doch doch war zu weit ja 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 ich verstehe ich verstehe toll wenn man jetzt ohne den dinge ja wir machen das ohne den ding werden doch zusammenklappen können heiko echt jetzt das fällt ja jetzt ein gutes abgekoppelt hast ja weil ich denke mal das hier kriegt man schnell noch voll ich bin froh jetzt können wir das hier wieder an guppeln doch nicht ja so geht's auch müssen wir es halt so rum machen ist ja nicht schlimm aber auch schade dass ich das jetzt hier wird alles so los sammeln muss weil oder macht es mit mal gucken mal gucken mal gucken aber ich glaube ja nicht nur ich glaube er nicht glaube er nicht halt stopp 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 und dann noch drei grashalme sind dann müsste es eigentlich funktionieren ein falscher ne macht er nicht da macht er nicht ihr müsst ihr euch wie ihn noch in grashalm sein in grashalm kommen schon um in grashalm da würde der was machen er macht er nicht ja gut dann müssen wir das selber sammeln müssen wir aufpassen dass sie mit lassen den dann da oben weiter arbeiten wo die folge gott muss beim nächsten mal aufpassen auf das mal auf den hier gehen hier ist wieder neues gras ja da müssen wir den rest alle mischt mal aufpassen dann weil jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren zurückfahren ja bitte jetzt müsste es wieder funktionieren ja jetzt funktioniert da habe ich wieder mal viel zu tun zwischen den folgen wie immer ja wie gesagt er könnte ja dem meer dran hängen leute aber ihr müsst aufpassen sobald wie der hänger voll ist macht er das nicht mehr also dann sammelt er nicht mehr und nachhinein sammeln der hat das dann auch nicht mehr ja ihr könnt sehen ja da liegt doch jetzt sammelt ok doch jetzt weil es automatisch macht aber nur weil und ihr müsst vorher bevor ihr das mehwerk an macht und den helfer einstellt den sammelhänger an machen also den hänger der sammeln tut an machen und dann erst einen helfer einstellen dann funktioniert und ihr lieben naja ich würde sagen ja da beenden wir die folge damit und ja da habe ich zwischen den folgen noch ein bisschen viel zu tun zwischendurch muss ich ja noch die anderen videos machen von vorm aus der stadt und amerika track und euro track simulator wird wieder stressig aber ich mache es gern weil mir macht das alles spaß hier macht spaß gut moment wir können mal noch gucken euch noch mal hier fertig aber jetzt wäre diesen schuppert auch ich am behorkeln das ist nicht schlechter moment wir stellen dienen gehen mal noch ja ich weiß ja nicht was also ich möchte das fällt dass das hier möchte ich eigentlich noch gar nicht bearbeiten weil ich weiß ja nicht was raus springt wenn man die zeit so wenn ich dann die kohle von der bgh bekomme wie viel raus springt das war ihre hühner form bauen und da würde ich sagen dann fahren wir auf das eene feld was da gedüngt ist das stelle ich steht da schon mal hin wenn ich natürlich finde wo das feld hier anfängt das fängt da an er hat es ist schlecht man ja krass gemacht hat das sieht man einfach nicht wo das feld anfängt klingt das hier an nein nein stopp stopp das fängt noch ein stück zurück da wo der mais noch steht da fängt das an hier fängt es an ja ja wir müssen die ganzen felder jetzt erstmal ein bisschen also ich sage mal in zwei felder lassen wir eventuell mit gras noch aber hier würde ich sagen machen wir auch meist drauf oder sonnenblumen bei sonnenblumen bringt echt viel und die kohle brauchen wir ja mehr hühner zeugs so hühner formen gut ihr lieben somit bedanke ich mich vor zu sehen für eure kommentare für eure likes mega daumen euch für eure tricks und tipps und ja allzeit gute ernte und viele viele eier und tschüss 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 und 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 Untertitelung des ZDF, 2020